vielen dank auch an meine sponsoren die mich hier auf meinem kanal unterstützen auch sie würden sich freuen wenn ihr ihre seite mal besucht oder bei ihnen auf mallorca im geschäft vorbeikommt und jetzt viel spaß mit dem video ja hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video und für mich ganz ungewohnt ich bin heute mal im gourmet laden ich habe euch bei einer nachtwanderung gefunden und dann hat sich hinterher herausgestellt dass wir uns ja auch schon kennen ja stellt euch doch mal kurz vor und was macht ihr hier ich bin sandra sandra lohfink mein mann patrick wir haben das kan gourmet ist ein feinkost laden in palma mitten in der altstadt wir haben den laden vor acht jahren gegründet ich war vorher bei mallorca magazin 13 jahre und irgendwann durch die wirtschaftliche krise 28 29 haben uns dann überlegt selbstständig zu sein und zu werden und den laden zu öffnen ihr seid jetzt mitten in der altstadt also ist ja auch ein bisschen versteckt und wir haben gerade schon einmal kurz die straße gesehen das ist jetzt aktuell sehr ruhig aber euch fehlen glaube ich auch gerade wirklich so die diese kreuzfahrtouristen die dann auch durch die altstadt oder eher so die langzeit bist du jetzt sagen uns fehlen die kreuzfahrtouristen gar nicht also wir brauchen die kreuzfahrtouristen nicht weil die kreuzfahrer eigentlich nicht die sind die in der stadt groß shoppen gehen die kreuzfahrer gehen in die stadt die kaufen mal bei den großen textilketten ein die den eis essen die gehen was trinken die werden ja auch angehalten nach möglichkeit zum beispiel keine lebensmittel keine solchen sachen einzukaufen und mit an bord zu bringen dementsprechend fehlen uns die kreuzfahrer gar nicht uns fällt einfach der normale tourismus uns fällt der wir sagen immer residenten aber ist zweithausbesitzer wohnungsbesitzer uns fehlen die boutique hotels die guten leute uns fällt das klientel das einfach aus arenal mal hier nach palmer kommt und doch die städte bummeln weil auch da gibt es schöne und tolle hotels uns fällt der allgemeine tourismus der kreuzfahrer ist per se gar nicht unbedingt unser klientel das uns fällt der fällt mir den eisdelen und den kaffeterien usw wie ist das aktuell bei euch kommen denn bei euch mittlerweile auch viele spanier einkaufen weil ihr auch also spanische produkte habt oder sind es wirklich mehr so die deutschen englischen resistenten resistenten die zu euch kommen ja also wir hatten ungefähr ein bisschen geändert wir sind eigentlich sonst sehr deutschsprachig also österreich schweiz deutsche die hierher kommen vor corona natürlich ganz stark und jetzt die letzten zwei jahre immer mehr spanier also es freut uns total auch nach acht jahren kann gourmet vielleicht da erst angekommen zu sein bei den spanien und das ehrt uns sehr ja also es kommen jetzt hat sich dieses Jahr doch aber gut was klar deutsche engländer sind auch weniger da aber ja wie sandra sagt wir sind jetzt auch schon es gibt jetzt auch schon hin und wieder spanier die uns annehmen und kommen was ja sehr schön ist was was ist der eindruck von den spaniern wenn sie hier zu euch in den laden kommen ja man hat ja immer so den ersten eindruck so ist es um dieses wow was ich auch hatte als ich bei einer nachtwanderung hier mal vorbeigelaufen ja was sagen die spanier wenn sie hier reinkommen oder wie reagieren sie ja und sind eigentlich auch ja sind einfach auch froh dass wir ihre produkte an mann bringen das muss man ja einfach aussagen die vermarktung maikinischer produkte und ich bin werber ich habe werbung studiert und für mich ist das ganz wichtig optik und natürlich der inhalt muss stimmen und deshalb wir gehen auch auf unsere eigenen sachen auf ganz kleine produktioner der insel meist sind das ein zwei mann betriebe und das toll fehlt mir glaube ich auch so ein bisschen auch wenn man so im lidl oder so kurs oder im mercadonna um jetzt mal mehr zu nennen oder aldi und karifuhr und eroski dann haben wir die größten jetzt glaube ich genannt und bipp nehmen wir auch noch dazu das fehlt mir immer so ein bisschen man hört dann immer zum ende der orangen ernte hört man von ganz vielen feldern in zur jährung wir verschenken unsere orangen kommt hier hin der müsste nur flücken genau man vermisst irgendwie so ein bisschen auch in den großen supermärkten diese mallorquinischen produkte den regionalen bezug der regionale bezug ist halt auch ein bisschen schwierig aus dem grund es ist im prinzip günstiger die orangen vom festland hierher zu holen als die orangen hier zu nehmen liegt natürlich auch daran brauchen nicht sagen mallorca ist teurer wenn ich in andalusien auf dem feld mein mitarbeiterzahl ist der viel günstiger als wenn ich den hier zahl um die orangen zu ernten und dementsprechend ist es leider häufig so dass er selbst die mallorquiner dann eher die orangen vom festland kaufen statt von hier und daran liegt es dann auch zum teil obwohl das bewusstsein die letzten jahre zugenommen hat es steigt es steigt also das merkst du schon von unserer kundschaft die fragt aber wo kann man hier regional auf den wochenmerken wirklich das aktuelle des obst und gemüse kaufen und das fängt langsam an das man muss natürlich aktuell auch sagen es gibt einfach natürlich auch momentan in der situation durch kovid gerade im spanischen bereich einfach auch leute die gerne wein trinken aber sich trotzdem einen riocha vom festland leisten können weil sie einfach sagen die mallorquinischen sind ein tick teurer und das muss man auch verstehen muss man auch akzeptieren dass eben nicht jeder momentan den regionalen bezug es hört sich blöd an aber leisten kann weil es ist einfach die massenweine vom festland sind günstiger und wenn du gerade in Spanien lebst du bist mallorquiner und du hast kein einkommen dann kaufst du liebernwein für fünf euro statt für zehn oder elf euro und das ist auch verständlich klar ihr arbeitet ja auch mit vielen mallorquinischen betrieben zusammen wie ist so die reaktion wenn der erste mal zu ich sag jetzt mal zu ja zu einer weinfirma hingeht und sagt hier wir haben hier einen gourmet markt wir möchten ja mit euch zusammenarbeiten viele denken ja immer so ja da ist so eine barrikade ihr seid ja jetzt auch schon eine zeit auf mallorca wie ist das wenn ihr als deutsche dahin kommt und sagt hallo wir haben gourmet laden wir würden gern euer produkt bei uns anbieten wie wird das aufgenommen von den einheimischen ja also wir sind jetzt schon ein paar jahre hier sind auch schon ein paar jahre auf der insel das sind auch schon ein paar jahre vor dem laden hier auf die insel gewesen und wir sind da schon mehrere jahrzehnte jahrzehnte hier und natürlich ist es so am anfang wo man einen laden neu auf macht du kommst neu hin ja dann kann es auch mal sein dass es heißt ja ja nett und dann melden sie sich doch nicht mehr genau so dass wir dankbarer weise sagen müssen dass sie auch zu uns kommen und das ist jetzt geht dein telefon dann erzähl du einfach weiter also wir probieren ich sag jetzt einfach mal wir gehen zu einer oliven geschichte und sagen einfach am anfang haben wir das design aufgenommen von dem jeweiligen hersteller ich sag mal da gibt es viele olivenöl hersteller und irgendwann sagen wir uns hat das öl so gut geschmeckt wir wollen eigenes design eigenes logo wir gehen auf messen nach deutschland und da möchten wir natürlich unsere eigene marke vermarkten wir nehmen dann halt auch diesen olivenöl exklusiv von einem freund von uns zum beispiel da er seine finke hat unsere handgepresst wirtschen und dann nehmen wir die halt auch komplett und exklusiv die salze die machen wir nach unserem gusto sagen wir das kommt überall von cesalines ne und mischen das nach unserem gusto ja und das ist einfach toll die ehren das gerade zum beispiel capro boc der gin aus soyer das ist eine mayoquin deutsche firma die finden das mega wenn wir einfach mit einem kleinen laden so gut verkaufen wie manche andere nicht das ist einfach eine ehre und noch mal zurückgehen zu einer frage vorher wo ich dann kurz das telefon abgeschaltet habe zwischenzeitlich ist es so dass die spanier oder die mallorquiner einen kennen und auch einen dementsprechend akzeptieren zwischenzeitlich ist es so dass es wie bei unserem weingut 71 03 mit dem wir sehr viel machen schon fast familiär wird und zwischenzeitlich ist die akzeptanz da das ist auch was ich damals gesagt habe ich bin ja jetzt im zwölften jahr auf mallorca und auch dann durch den fußball durch mein arrangement fußball natürlich auch richtig an die mallorquiner reingekommen mein freundeskreis ist zu 90 95 prozent spanier mallorquin colombianisch und gerade bei den mallorquinern man muss so diese lanze brechen und wenn man die einmal gebrochen hat und wirklich den ihr herz erobert hat dann merkt man auch zum barbecue eingeladen wird man nach hause eingeladen genau und dann weiß man auch wirklich wann es angekommen ist das toll was sieben jahre sieben acht jahre brauchst du und wenn du dann bereit bist dich zu integrieren und dann bereit bist zu geben dann fängt das nach sieben acht jahren an es hört sich blöd an was ist es ist echt so eine zahlung langsam rein das wirst du auch du wirst sechs sieben acht jahre gebraucht haben und dann bist du drin und dann bist du auch richtig drin dann bist du auch dabei ja wir sind halt immer insel und insularer ticken anders das ist bei uns auf sylt genauso und ist aber einfach schönes gefühl nach den jahren angenommen zu sein und wie gesagt mallorquinische haben so gute mallorquinische produkte und wenn es an der vermarktung liegt ja ich habe gerade was ganz interessantes gesehen übrigens und das hole ich mal ganz kurz das zeige ich euch noch mal kurz in die kamera das ist ja eigentlich so das richtige für mich ich halte mal kurz in die kamera goldene mandeln blinky 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 wie ist es denn auf die idee gekommen goldene mandeln auf dem markt zu bringen oder gab es das vorher schon ja also wir wollten eigentlich was spezielles halt machen hier von der insel und haben dann natürlich verschiedene mandeln und es gibt natürlich salzmandeln die haben wir auch zitronen mandeln im frühling und wintermantel in winter mama zitronen sind sind genau das ist wirklich unsere mais verkaufen das ist einfach das ist halt noch ein bisschen pande oro heißt das hat man spaßig diese goldglieder drauf ist ein designer sehr schön und kam aus einer idee weil wir ja vor acht jahren mit dem ersten mallorquinischen djinn anfingen dass der cabra bock aus soja und wir dann uns verliebten in diesen djinn und gesagt haben wow du brauchst was zum snacken und immer mehr djinn fans kamen zu uns wir sind eigentlich so ein bisschen bekannt auf der djinn laden wenn man uns googelt und so weiter und dann haben wir gesagt wir brauchen noch immer zum snacken was richtig toll ist und diese kombination salzig süß ist einfach hervorragend ich habe jetzt ist noch gar nicht so lange her habe ich auch mal gelesen also ich habe mich mit mandeln so nicht beschäftigen aber die mallorquinische mandel ist wirklich sehr sehr hoch angesehen der qualität ist geschmacklich und qualitativ möchte ich sagen mit die beste die spanische ist sicherlich auch gut auf jeden fall sind sie alle spanischen sowohl natürlich auch die mallorquinischen geschmacklich besser als die kalifornischen die meisten wandeln die größte produktion ist in kalifornien und da sind halt riesengroße mandelfelder wie in der türkei haselnussfelder die werden gewässert getan gemacht hat einen ganz anderen sabor ganz anderen geschmack als jetzt die mallorquinischen absolut ich zeige euch jetzt mal kurz ein paar bilder wie es hier im laden aussieht und dann hören wir uns gleich noch mal wieder zum zweiten teil denn ihr habt auch aufgrund von corona wir verraten jetzt noch nicht ganz so viel ein bisschen umstrukturiert weil es muss ja weitergehen man muss ideen haben aber jetzt wünsche ich euch erstmal kurz viel spaß mit ein paar eindrücken hier aus dem kann wo mehr bis gleich Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, jetzt habt ihr mal einen kleinen Eindruck bekommen, wie es hier im Geschäft aussieht. Also wirklich sehr gemütlich und sehr einladend, finde ich, dass man also auch wirklich Lust hat, hier etwas zu kaufen. Aber jetzt erzählt ihr doch mal, wie ist so bei euch die Situation im Moment? Durch Corona, wenig Touristen auf der Insel. Wie sieht es bei euch aktuell aus? Also wir haben Glück, dass wir den Online-Shop seit acht Jahren schon haben. Patrick macht ja alles da und da bin ich sehr froh drüber. Wir fingen schon an, unsere Leute drauf zu trimmen, bitte bestellt online oder kauft hier ein, wir schicken euch das nach Deutschland. Ihr braucht gar nichts von hier mitnehmen. Und das hilft uns. Das hat uns letztes Jahr sehr geholfen. Ja, und wir haben halt dasselbe gemacht, was Sven auch gemacht hat. Wir sind halt nicht wie andere. Hat man vorher schon. Wir sind halt nicht hingesessen, nicht lethargisch und haben gewartet, was kommt. Sondern wir haben halt neue Wege gesucht. So wie du auch, wo du uns sagtest, okay, es gibt jetzt ein Problem, ich gehe jetzt auf YouTube. So haben wir halt angefangen, Online-Tastings zu machen. Wir machen dann Online-Tastings mit unseren Kunden über Zoom und machen mehr über Social Media, um mit den Leuten aktiv zu sein. Und haben halt probiert, neue Wege zu suchen. Und das ist das, was du machst. Das ist das, was wir halt auch genauso machen. Genau. Ich werde am Ende des Videos auch nochmal euren Online-Shop einbinden und auch euer Instagram und Facebook. Wenn ihr da Lust drauf habt, natürlich, dann schaut einfach mal rein, nehmt einfach mal Kontakt auf. Und ja, wie wird der Online-Shop denn aktuell angenommen? Ist es mehr Bestellungen, die jetzt wirklich auch von Mallorca weggehen? Oder sind es viele Leute, die auch hier auf Mallorca online bei euch bestellen? Es ist eigentlich mehr, was weggeht. Das weggeht, genau. Also wir haben wirklich eine Logistik gefunden, auch mit einem Transport nach Deutschland, Lagern Deutschland und so weiter. Und ne, es ist schon so, dass Online-Versand mehr weggeht. Wir haben ab und zu mal Kunden auf der Insel, die einen Geschenkkorb wollen, weil Sandra macht tolle Geschenkkörbe. Und die wir dann ausliefern. Wir haben ab und zu mal mal Kunden, die dann hier Wein bestellen, ein paar Kisten, die wir liefern. Aber die Mehrzahl sind schon ausländische, deutsche, ausländische Kunden, Österreicher, aber einige, die uns die Stange halten und online bestellen. Und auch die ganzen Online-Tastings, die wir machen, sind eigentlich alles in Deutschland, Österreich, Luxemburg. Und da sitzen die Leute mit, machen Wien. Ja, und da können wir echt dankbar sein, denn das rettet uns so ein bisschen, die Zeit. Letztes Jahr haben wir gut, auf Holz klopfen, haben wir es gut überstanden. Und dieses Jahr werden wir auch wieder viel machen, weil wir wissen, dieses Jahr Tourismus wird, glaube ich, ähnlich wie letztes Jahr. Viel kommt da nicht mehr rum. Und deshalb aktiv bleiben, nicht Kopf in den Sand stecken und Spaß dabei haben, trotzdem motiviert zu sein. Wie kann ich mir so ein Online-Tasting jetzt vorstellen? Ich sitze dann da, ich habe ja eigentlich gar nichts zu trinken. Beschreibst du mir dann, wie es schmeckt und ich werde dann ganz verrückt und suche schon in den Online-Shop. Richtig, richtig. Genau so machen wir das. Wir sitzen da und trinken alleine. Oh, jeden Tag. Nee, es funktioniert anders. Es funktioniert so wie jetzt auch. Wir sind im Gespräch. Nein, es funktioniert wirklich so. Wir machen dann Pakete fertig. Wir machen dann Gourmet-Pakete fertig. Da sind dann drei Flaschen Wein drin. Wir nehmen dann den roten, den weißen und den Rosé. Zum Beispiel. Zum Beispiel und machen ein bisschen Schinken mit rein, ein bisschen Patet mit rein. Also ein bisschen was zu sagen. Und dann schicken wir die. Das heißt also, die Teilnehmer am Online-Tasting bekommen dann die Pakete zugeschickt. Und wir sitzen dann auch maximal mit zehn Leuten. Also das heißt auch häufig, weil wir haben auch eine Newsletter natürlich. Häufig bringen wir die Tastings gar nicht in den Newsletter, weil wir schon vorher voll sind. Und wir machen auch nicht mehr wie zehn Leute, weil Zoom wirst du kennen. Zoom interagieren mit den Leuten geht mit zehn bis zwölf Leuten. Und wenn es mehr werden, dann kannst du nicht mehr interagieren. Dann kannst du nicht mehr mit Leuten reden. Dann wird es so unübersichtlich. Und ja, dann schicken wir das raus und dann wird es rausgeschickt. Und dann wird es online miteinander probiert. Meistens ist jemand von der Bodeca dabei, wenn alles klappt. Und am Gin-Tasting ist einer von der Distillerie dabei. Und dann trinkt man miteinander, isst miteinander, spricht miteinander. Hat tolle Stunden. Immer wieder über das selbe Thema natürlich auch. Ja, aber auch toll zu wissen, wie leben die in Deutschland aktuell, wie leben wir hier. Die wollen wissen, was auf Mallorca passiert und wir erklären den aktuellen Stand. Und dann sagen sie, oh, wir können ja doch jetzt kommen. Ja, weil von der deutschen Presse das meist immer anders dargestellt wird, wie es ja ist. Das wissen wir ja nun. Das ist ja auch, was viele Leute auf meinem Kanal interessiert. Ich mache ja jetzt zum Beispiel auch mehrmals die Woche, dass ich dann so einen Faktencheck mache. Das ist sehr gut. Über die Playa gehe und einfach mal zeigen, so sieht es aus. Und glaubt nicht alles, was in den deutschen Medien ist. Genau, absolut. Ja, und seid euch einfach bewusst, dass ich alles zeigen kann. Ich habe das letzte Mal auch mal für uns mal ein Live-Video kurz gemacht auf YouTube und habe einfach mal gezeigt, wie es aussieht. Und habe da auch gesagt, guck mal, ich kann hierhin drehen. Kein Mensch am Strand kann sagen, es ist kein auf Mallorca. Dann steht hier rechts gerade ein Musiker. Da stehen gerade 20 Leute drumherum und hören dann bei der Musik zu. Kann ich genau da drauf filmen, eng ausschauen und sagen, guck mal, Mallorca ist voll. Ich kann aber so wie du es machst einfach durchlaufen und sagen, guck mal, eigentlich ist es leer. Hier stehen gerade mal 20 Leute dahinter, ist wieder ruhig. Und das ist das, was die Leute wissen müssen. Es ist nicht voll, es gibt keine Partys. Es ist sicher, die Gäste, die gerade kommen, die fühlen sich hier sicherer als in Deutschland. Das halten sich alle in die Regeln. Wir haben uns auch gerade noch was überlegt, um das Video so ein bisschen publik zu machen. Und zwar, ihr könnt mal kurz sagen, was das ist. Und dann erzähle ich doch mal, was die Leute machen müssen, um diese Flasche zu bekommen. Genau. Das ist ja unser eigens hergestellter Rum von der Insel, der letztes Jahr auch Online-Shop-mäßig der meistverkaufteste Artikel war. Wenn du einmal probiert hast, willst du ihn. Und das ist einfach so ein ganz tolles Produkt, hat 53 Prozent, aber hat einen sehr schönen Karamell-Schokoladen-Aroma. Also der ist ganz, ganz toll, wie die Mayokiner gerne Carajillo machen, kannst du ihn genauso mischen zum Kaffee, kannst ihn aber auch ganz gut pur trinken. Ja, und diese Flasche werden wir verlosen. Genau diese. Genau diese. Ich muss jetzt weg, bis ihr Laken kommt. Genau diese. Also, ich muss es dann anders sagen, eine dieser Flaschen könnt ihr gewinnen. Und ja, wir verschicken ihn nicht, weil wir sagen, es ist ein Gewinnspiel und das dann auch noch zu verschicken, wäre irgendwie dann auch blöd, auch gerade die schwierige Zeit. Wenn ihr beim Gewinnspiel mitmacht und diese Flasche gewonnen habt oder eine ähnliche Flasche, dann könnt ihr euch die hier im Laden abholen. Und vielleicht findet ihr ja dann auch noch das ein oder andere Produkt, was euch noch interessiert, wie zum Beispiel mein Favorit. Ich habe überall so ein bisschen Gold an den Finger. Ich habe sie gerade probiert, die goldenen Mandeln. Und könnt dann vielleicht auch noch das ein oder andere hier kaufen. Wie das Ganze funktioniert, ist ganz einfach. Ihr müsst dieses Video teilen, müsst auf Facebook, Instagram einmal entweder, oder wir machen es so, euch markieren mit Can Gourmet und mich markieren mit Sven Gonzalez Mallorca. Einen netten Text dazu schreiben, Video teilen und dann seid ihr beim Gewinnspiel mit dabei. Also ganz einfach, wir wollen einfach jetzt auch in dieser schwierigen Zeit, dass kleine Unternehmen ein bisschen Werbung bekommen. Ich nehme für diese Werbung ja auch kein Geld, keine Frage. Das ist so ein Win-Win-Geschäft. Eine Hand hilft der anderen. Es wird was verlost. Das ist was Gutes für euch. Ich mache was Gutes für euch. Ich habe wieder ein neues Video. Und so ist im Endeffekt allen geholfen. Und so sollte es doch auch sein in dieser Zeit. Sind wir sehr, sehr dankbar. Absolut. Schön, dass du da warst. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass wir dich in unser kleines Gourmet-Paradies ein bisschen einführen durften. Ja, vielen, vielen Dank. Und wir werden es sicherlich wieder weiterhin voneinander hören. Das ist auf jeden Fall. Wir haben uns ja wie gesagt damals auf dem Weihnachtsmarkt kennengelernt, als die Weihnachtsbeleuchtung angeschaltet werden sollte. Ich hatte eine Zeit, die nicht stimmte. Du hattest einigermaßen die korrekte Zeit. Das war, glaube ich, auch ein paar Minuten später. Drei Minuten. Und da konnte ich gerade noch live gehen und dann war der Gimbal leer und auch das Handy leer. War das Worte. Dafür war ich dann noch online und habe dann noch einen schönen Rundgang durch Palma gemacht mit der Weihnachtsbeleuchtung. Während leider Sven in dem Fall offline war, konnte ich mein Live-Video beenden, weil ich zum Glück in dem Fall die besseren Infos hatte, wann das Licht angeht. Und auch das passiert. Und du vorher schon eine Stunde, zwei Stunden durch Palma gelaufen bist und probiert hast und immer online warst und dann war es halt bei dir weg. Genau. Das ist halt Technik. Ja, und so klein ist Mallorca. Genau. Nach kurzer Zeit trifft man sich wieder. Schön. Und ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann dürft ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen und auch gerne unten in die Kommentare was Nettes reinschreiben. Und ich habe jetzt auch noch mal vor, einfach von euch die Daten einzublenden, dass man weiß, wo ihr seid. Sehr gerne. Und wenn ihr auf Mallorca seid, kommt einfach mal hier hin oder auch auf Facebook, Instagram und wo auch immer. Einfach mal ein Gefällt mir da lassen, da freut ihr euch wahrscheinlich auch drüber. Absolut. Freuen wir uns sehr. Absolut. Vielen, vielen Dank. Danke, dass ich hier sein durfte. Danke, dass du da warst. Ich werde mir vielleicht jetzt noch irgendwas kaufen. Ich muss mal gucken. Ich habe ja was ins Auge gefasst, aber da muss ich erst wieder hart verhandeln. Wenn ich das kaufen sollte, werde ich es euch zeigen. Und zwar heute Abend im Sven-Gonzalez Late-Night-Talk. Und das werde ich dann wahrscheinlich auch probieren. Jetzt sage ich erst mal danke. Habt einen schönen Tag. Wir sehen uns später wieder. Euer Sven-Gonzalez. Adios. Macht's gut, ihr Lieben. Bleibt gesund. Danke. Ihr Lieben. Vielen Dank.